Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem kurzen Markupdate. Der S&P 500 gibt in dieser Woche nach. Anleger bevorzugen es vor dem Zinsentscheid der FED, der Mittwochabend bekannt gegeben wird, einige Gewinne mitzugeben. Schauen wir mal auf die Charts. Den Risiko und Wahrheit gibt es natürlich wie immer vorab. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden. Dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Der S&P 500 befindet sich langfristig im Abwärtstrend. Es werden tiefere Tiefs und tiefere Hochs erreicht und eine Trendfortsetzung ist immer wahrscheinlicher als eine Trendumkehr. Das Tief aus dem Jahr 2022 ist rein theoretisch das nächste logische Kursziel und ein Bruch darunter würde weiteres Abwärtspotenzial freisetzen. In dieser Woche zieht sich der Index weiter von dem Januar hoch zurück. Der kurzfristige Trend ist jedoch aufwärts gerichtet. Wir haben einen Aufwärtsimpuls, eine Korrektur und eine Trendbestätigung. Und was vor allem zählt, sind die Schlusskurse. Und da gab es auch den Anstieg über einen wichtigen Widerstand. Rein theoretisch müsste die kurzfristige Richtung mitspielen. Das heißt, der Schlusskurs von vor zwei Wochen muss nachhaltig unterschritten werden. Und das könnte der Auslöser für eine neue Verkaufswelle sein. Solange der Schlusskurs aber nicht nachhaltig unterschritten wird, besteht auch die Chance auf eine weitere Erholung. Allerdings eine Erholung im langfristigen Abwärtstrend. Gehen wir mal noch runter in den 4-Stunden-Chart. Hier hat sich die Stimmung bereits verschlechtert. Es gab einen Richtungswechsel, nachdem gestern die lokale Unterstützung nicht gehalten hat. Es gab eine Gegenbewegung, also eine Aufwärtskorrektur und einen neuen Abwärtsimpuls. Der wichtigste Hochpunkt ist hier oben zu finden. Und solange dieser Bereich nicht durchbrochen wird, könnten Anstiege als Chance genutzt werden, um den Markt nochmals abzuverkaufen. Ob es einen neuen Bullenmarkt gibt, das würde sich allerdings erst hier oben entscheiden, am August hoch. Und daher gibt es eben noch einiges aufzuholen. Mehr Analysen gibt es in meinem Video von heute Morgen. Den Link finden Sie wie immer unten in der Beschreibung. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.